Dieses Jahr haben wir auch ein Jubiläum, ein sehr wichtiges Jubiläum. Und zwar 100 Jahre von dem Geburtstag von Dino Lipati, einer der größten Pianisten und Komponisten. Und wann er 17 Jahre alt war, er schrieb ein Stück für Orchester und Klavier, aber er wollte eigentlich ein spezielles Instrument benutzen. Und wir haben dieses spezielle Instrument von Moldova gebracht, das ist dort das Zimbalon. Und wir werden dieses Stück, das heißt Livresse von Die Suite Le Zigan, und wir werden mit Zimbalon spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik